wunderschönen guten tag meine liebe youtube gemeinde ich bin euer zocki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu haupt mit haupt es ist ewigkeiten her hatte das mit der maus ist es geht mir hier viel zu schnell hauptmenüfahrzeuge ich komme gar nicht in die organisationen ok ich kann mich nicht mehr erinnern wie das spiel war was musste ich tun wie kann man ducken 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 tanzen tanker lanken dach ja genau wie war das schnapp so ja ewigkeiten bisher schwarz viele haben sie schon durch das weiß ich auch hallo was knistert das so ja hallo shit Ah! Ah, das ist cool! Nein! Der ist sicher. Gott. Ah! Ich sog's euch! Ich hab vergessen... Ich hab so lange nicht mehr zockt das Spiel, ich hab voll vergessen. Wie es funktioniert. Wird du vielleicht etwas schneller laden? Dankeschön. So. Ah, das war falsch. Ach, fuck. Ach komm. Ich muss die Sensibilität der Maße ein bisschen umstellen. Also, hier ging's noch nicht durch. Das ist echt das schnellste Rennen, was ich drauf hab. So. Auch noch nicht. Jupp. Jupp. Shit! Und abhauen, 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 abhauen! Nein! Nein! Oh, Scheiße! Ich kann nicht laufen! Es ist vorbei! Ich muss mich hier irgendwo verstecken. Lauf doch! Nein! Nein! Oh, Scheiße! Er ist einfach zu langsam, der Typ. Komm! Komm! Los, tu's! Tu's! Komm schon los! Ich bin einfach viel zu langsam. Die... Vielleicht darf ich nicht, ähm... zurückrennen. Warum hab ich da immer einen Hänger drin? Das check ich nicht. Vielleicht das ist der Trick. Ich darf einfach nicht zurückrennen. Ich muss woanders hinrennen. Aber die kommt doch durch die... komische Blutpfütze da an der Wand. So, ich vergesse immer die Taschenlampe. Aber wo könnte ich mich hier verstecken? Der bleibt jetzt so lange da stehen. Hier kann man sich ja nirgends verstecken. Hm. Shit! Ja, 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 ja. Ich komm hier nirgends wo rein, nein! Ich komm hier nirgends wo rein! Ah! Du bist einfach viel zu schnell, Frau! Viel zu schnell! Ah! Er zieht noch hier zu! Nein, schmalt! Oh, komm! Ich krieg auch Gänsehaut von dem Dreck. Ich pack's nicht. So, warte mal. Ich glaub, ich muss kurz eventuell das Spiel etwas leiser machen, weil ich glaube, es ist viel zu laut, das Spiel. Jopa. Baby. Ahaha. Ich krieg's nicht hin. Die ist viel zu schnell. Ich bin viel zu langsam. Ich muss irgendwie schneller rennen. Also, wenn ich Angst hab, dann geb ich Gas. Aber der Typ schiebt sein Leben irgendwie. Was? Ah nicht. So. Das reicht mir. Da hab ich wieder einen Hänger drin. Das ist immer wieder dasselbe. So, Taschenlampe nicht vergessen. Kann ich echt nicht schnell erinnern. Das ist ja lächerlich. So, und da war der Fehler. Ich hätte vielleicht hier rein können. Genau hier. Aber ich glaube, ich hätte sogar die Zeit gehabt dafür, oder? Kann das sein? Weil was ist da? Okay. So. Jo, 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 jo. Geh weg! Geh weg! Sie kommt wieder. Solange ich ihre Schritte höre. Boah. Ich wüsse sowieso nicht, wo ich hinmüsse. Naa, na, 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 na. Nein! Oh, scheiße! Warum schlage ich nicht einfach zu? Ah, komm. Komm, Boy. Boy, Boy. Ja, jetzt renne ich ihn gerade. Super. Wo muss ich denn hin? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ist das auffällig? Ich weiß es nicht. Ist es noch zu nah. Ich gehe jetzt raus. Wurscht, ich weiß ja nicht. Da hin, hier hin. Natürlich hier hin. Da ist der Plan. Baue ich eine Bombe. Was ist hier? Geil, ich habe einen Schlüssel. Erklären. Warte, wie war nochmal? Wurscht. Was haben wir hier? Ja. Ähm, was? Ey. Chemische Formel. Oh, warte, sie kommt. Kann ich mich gleich hier verstecken. Hallo? Ups. 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 Juh. Okay, sie geht weg. So, lass mich das mal kurz ausprobieren. Was auch immer. Okay. Okay. War das erfolgreich? Okay. 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 Das muss doch. Ich hab das grooming. Du, 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 du. Das ist wohl nicht gut. Ähm. Scheiße, sie kommt. Wir haben keine Zeit für das. Los. Wir haben keine Zeit für das. Wir haben keine Zeit für das. Vielleicht macht es wirklich die Reihenfolge aus. Ich weiß es nicht. Wieso weiß ich es nicht, das habe ich auch schon gehabt. Vielleicht brauche ich drei Dinge, aber das glaube ich leider. Da, 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 da. Man, wo ist der? Ich gehe jetzt einfach zur Tür. Welche Tür eigentlich? Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich habe da schon alles rein geschehen, was geht. Ich glaube, ich kann da eh in Ruhe weitermachen. Die kommt eh nie. Obwohl ich... Obwohl ich... Wir riskieren es jetzt einmal, okay? Ich weiß ja nicht, ob das nicht schon funktioniert hat, weißt du? Worte ist klar, das ist Oxaline. Ich habe keine Ahnung, wo es das ist. Was kann denn das sein? Zitronensäure würde ich sagen, aber nein, ist es nicht. Salzsäure und Wasser, aber das haben wir ja auch schon versucht. Das ist... Das ist wieder... Ich glaube, ich muss das Spiel auf Englisch stellen, dann wird es funktionieren. Dasselbe wie mit dem Tresor. Wetten? 100 Pro, Popo. Das Salzsäure haben wir. Jetzt machen wir mal Jod. Machen wir einfach Jod und was anderes. Nicht Wasser. Ich meine, da steht zwar Wort, aber... Ah, ich versuche das schon zu lange. Ganz herrlich. Ich versuche das schon zu lange. Ich denke, das ist wieder derselbe Fehler, den das Spiel schon einmal gehabt hat. Dass ich das Spiel auf Englisch stellen muss. Dann zieht es. Das heißt, ich werde jetzt einfach mich opfern. Ich werde mich opfern. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Aber ich probiere das schon Ewigkeiten und es macht wohl keinen Spaß. Wo ist denn die Funsen, die alleinige? Schatzi? Schatzi, wo bist du? Hey, Schatzi! Was? Keine Chance, die Frau! Ich kämpfe gar nicht. Nein, ich kämpfe nicht dagegen an. Alles cool, alles cool. Ja, passt. Super. Baby, super. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt probiert habe. Aber das ist mir mal auf den Sack gegangen. Okay, das heißt, in der nächsten Folge machen wir weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht das Kuda, Tyrone. Ich bin ein König von Prophes. Tschüss. Buh-bye. Tschüss.